Oh, die haben auch genau so geschrieben. Heute mal. Zaurado ist echt gut. Oh, geht heute mal. Ausnahmsweise mal wieder. Es ist echt schlimm gewesen, die letzten Kämpfe. Piep, piep, piep. Aufstehen, piep, piep. Hey, aufstehen. Ich stehe noch schon. Piep, piep. Ich weiß, aber ich hab Spaß. Komm, let it snow. Let it snow, genau. Oh, lass es schneien. Guck, da hinten sind die Kondomkinder. Echt? Musst du mal da hinten rechts in die Ecke gleich gucken. Was ist das? Ah, das ist crazy. Ich nehme die Dinger. Du, du, du. Pfff. Pfff.